So, nur ein kurzes Update. Ich habe tatsächlich ein Video eine Woche am Arm abgebrochen. Ich habe ja die Archimede Outdoor DLC Schwarzwald als neue Uhr dieses nicht mehr nachproduzierte Jubiläumsmodell von Archimede zum 20-Jährigen bestehen. Ich wollte eigentlich ein eine Woche am Arm Video machen, aber da ich die Outdoor in so vielen Varianten gehabt habe, als normale schwarze Autoprotect. Ich habe noch die weiße Autoprotect, ich habe die Outdoor in 41, sodass ich am dritten Tag schon gemerkt habe, dass ich überhaupt nicht viel Intelligentes sagen kann, zumindest keine Ersteindrücke und nicht irgendwas Neues, Erfrischendes, was ich gerade eben erst feststelle, was ja das eine Woche Format ausmacht, sondern dass ich mir wirklich versucht habe, irgendetwas halbwegs Interessantes aus den Rippen zu leiern zu einer Uhr, die ich wirklich sehr gut kenne. Und ich habe gemerkt, dass das gar keinen Sinn macht, zumindest keinen Sinn in diesem Format eine Woche am Arm. Insofern habe ich das abgebrochen und schiebe vielleicht mal irgendwann ein Video nach, indem ich die drei Uhren, die ich noch habe, vergleiche und quasi ein Resümee ziehe. Aber eine Woche am Arm hat null Komma nada Sinn gemacht.